Ich hasse ihn! Der ist in der Mitte, in der Mitte ist da. Beim, beim Letztgrad. Einer ist runtergesprungen. Duck dich, duck dich, weil die hören dich, der hört dich, der eine. Der ist hinter dir, einer. Alter, man hört doch auf so rum zu spoilern, die scheiß Mistgeburten. Ja, guck dir mit seinem scheiß Lager in die Tür, Alter. Du hast einen Schampen und dann ihre... Oh nein, Spaß, Alter. Könnte ich wieder kotzen. Wir spielen mit so scheiß Waffen, ne? Sie zerstören. Wir haben die Bombe. Feindlich Aufklärung, ohne Gesicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Alter, Mann, jetzt hört doch auf, Alter. Jetzt hängt alles von dir ab. Bring es zu mir. Was? Jaaa. Das sind solche, Alter. Wende Spaß, ich kann's so aufkotzen. Deine Haas guckt mich die ganze Zeit weg, Mann. Sie wurde besiegt. Dann geht halt die Quote immer noch runter. Nee. Aber da muss ich gleich noch mein A-Bot anschalten. Suchen und zerstören. Ach man, jetzt krass. Obwohl, soll ich erstmals neipen? Komm, ich bin so freilich. Hast du früher auch immer so oft gemacht, ne? Ja, früher habe ich ihn abgeschnackt, aber mittlerweile bin ich nicht mehr so oft zocke. Dann irgendwann verlernt man das Ganze halt. Das ist halt auch ein bisschen kack jetzt. Einer oben, nen Lappen. Durch die Wand angehältet, fuck. Links oder rechts davon ne Stelle gelaufen? Äh, keine Ahnung, der ist eng wo der Rett oder irgendwo. Die sind Irrer. Wir sind Irrer, so wie du. Der Sponsor spawn, Bonsor spawn, Bonsor spawn. Bonsor spawn. Oh mein Gott. Ich habe ihn nur angehittet, oh. Ich habe ihn, ich habe ihn, haha. Ich bin so rot gewesen. Alter, der schiebt irgendwo auf mich irgendwo irgendwo irgendwo. Ich weiß nicht von wo. Nice, danke, Alter. Ich war, ich war, ich wusste ihn echt nicht von wo. Ich war so über rot. Ich habe sogar failed. Guck dir den Scheiß an. Null, der hat sich von da aus getroffen. Warum denn gefailed? Der erste war links genau drin. Wir suchen und zerstören. Eigentlich hätte ich direkt treffen müssen als Paster mitten in der Leute. Mitten im Leben, gell? Wir haben die Bombe. Mitten im Andalverkehr. Oh man, Alter, ich verkack auch noch. Es hängt alles von dir ab. Beendet die Situation. Sehr gut. So macht man das, Alter. So macht man das, guck ich dir das an, Alter. Erst die Granate, dann kommt der Nächste. Na ja, lautet, Schabber muss wissen, wer sich tun passt, ja. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Oh. Ja! Geil! Geil! Zwei Kills da eine runter mit der Samtags, Alter. Nice. Alter. Geil. Du bist schon wieder so behindert, dass er da campen muss. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab's irgendwie geahnt. Das ist irgendwie... Heute hab ich sie da im Blut. Oder im Urin hab ich's. Stimmt, ich hab's eher mehr auf irgendeinem Urin. Das Ziel verteidigen. Scheiße. Oh, hat's bei mir geleckt. Alter. Alter. Jetzt bist du doch. Camp doch. Am Spawn? Ja. Ender Mission, du bist der Letzte. Scheiße. Nein. Ach komm. Scheiße. Da war die komische Scheiße im Weg. Ich hab'n einfach nicht gesehen. Scheiß Camper. Scheiße, ey. Wie kann man so scheiße campen. Nennt sich auch noch Elite Sniper, Alter. Ohne Spaß, Mann. Ich hasse das, wenn der Nennt sich Elite Sniper hat. Das sind aber die größten Camper und fatsten Kinder. Wo ist überhaupt Gift, Alter. Was? Ja. Ja. Ja, genau. Schön. Schön. Ich hätte wieder zum Spawn zurück. Ja. Klar. Bei mir leckt das übel. Ja, bei mir egal. Irgendwie auch. Wer kennt da wieder hinten? Egal. Wer kennt da wieder hinten? Egal. Wer kennt da zurück? Ist egal. Die Bomber wurde platziert. Hier, oder? Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Der, der rennt, der rennt da. Das haben wir alle gewinnt. Auf jeden Fall, Alter. ArtScope 2.0. Yo! Verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Bereit mal. Elite Sniper, Alter. Wie das gereckt? Übel der Elite Sniper, Alter. Mal, guck den. Hast du bei dir auch gerade übel gelegt? Nö, überhaupt nicht. Oh, Elite Sniper, schön. Schön, gute Elite Sniper, ne? Nach der Sniper kommt nämlich Elite Sniper, ja? Ja, und das ist nun mal mit, ähm, M6, M4 oder sowas, wie das ich ihn nennen. Keine Ahnung. Ich kann nicht Waffen wechseln. Ah, jetzt kann ich Waffen wechseln. Boah, das leckt zu hart gerade. Das sind alle beste Verbindungen und das leckt. Ja, so wie deine Mom. Die leckt nämlich auch. Hä, was ist jetzt los? Ich dachte schon, das war jetzt so eine schöne Runde. Ja, ich dachte nämlich jetzt auch. Alter, von wo? Die sieben... Ja! Die haben mich vorhin in die Falle gelockt, die Hässlinge. Ja, am Arsch, also ich war das Schalt drauf. Ich nehm die jetzt nicht mehr rein. Oh, oh, mit dem Fittigkeitswald wieder. Oh, oh, oh. Guck, wegen dem Leck, Alter. Wegen dem Leck bin ich jetzt gestorben. Richtig, genau. Verlängerung, toll. Alter! Oh, ich hab alles rüber geflasht. Ich weiß nicht, was das für einen ist. Alter, das war rumlecken, Alter. Ist das schon abgemacht? Nur Hitmarker, nur Hitmarker. Hab ihn. Auch am Spawn. Er hat er nämlich, glaub ich, eben zwei. Nein! Was ist das, Alter? Was ist das? Ich schieß die ganze Zeit dahin und dann kommt der dahin, Alter. Nice. Schön gemacht. Oh mein Gott, Alter. Also ich bin ja kein Camper, ne? Aber... Ja, so wird die Dinger schon gekannt haben, Alter. Ich hatte 5-0 und dann muss ich so übel versagen. Das ist unmöglich, weißt du? Ah, nur mein scheiß Aiming-Fail. Na ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gut gemacht. Und wenn es gefallen hat, ja dann... Kommentiert das Video, liked das Video. Und schickt es am besten und eure Freunde weiter, damit die auch von der geilen Sache erfahren, ja. Meinen Spaß. Und abonniert, äh. Genau. Mir ist ganz wichtig, dass sich viele interessante Leute... Ne. Leute, die sich für das interessieren, das, ähm, anschauen. Aus dem Grund, weil ich mich an solch diese Gruppe richte, ja. Leute, die sich für diese Videos interessieren, ja. Logisch irgendwie. Und ich merke hier, ich laber schon irgendwie irgendeine Scheiße. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm. Anerfänger. Und ciao, Leute. Und ciao, Leute. Also, du musst dich nach jedem mal verabschieden. Ja, 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 ja. Ich hab auch schon gesagt, ciao, Leute. Das ist das irgendwie jetzt, okay? Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Schön.